... nicht nur damit unsere Herrschaft eine große Dödel erwähnen können. Auch unsere bei der Feier anwesenden Offizierenden seien diese Möglichkeit haben. Das ist es, was wir traditionell das große Schlotzen nennen. Hey, behältst du dein Lochfetzen oder kaufst du dir eine neue Schleierei? Nein, alle hässlich, aber dir stehen sie bestimmt. Nein, alle hässlich, aber dir stehen sie bestimmt. Nein! Hey, was soll das denn? Und diese da? Die sind doch aus einem schönen Stoff. Ja, sie sind wunderschön, aber viel zu teuer. Stimmt, sie sind schön. Ich nehme eine. Willst du auch eine Juton? Oh ja, ich finde die gar nicht teuer. Ich auch nicht. Eine Schleierei für Vergiot und eine für Juton. Gut, wir probieren sie an. Ach, ist doch egal. Wenn sie uns nicht stehen, ziehen wir sie einfach nicht an. Corinne, hast du einen Stift und Papier? Ich erlerne die Kunst des Schreibens. Das ist selten für einen Jungen. Ah, also schreibst du diese Flugblätter. Bist du der ausländische Agent? Das ist jetzt echt klassisch für Marie. Du bist in der Zeitung? Leserbriefe. Eine Rühmerei. Eingesandt aus dem wunderschönen Dorf Miseau von Berge von Dina. Das bin ich. Oder an das Abendpferdchen. Deine Mähne samt ich, ich sie wähne. Dein Blick, der mich erfreut, verzückt. Deine Nüstern, die sich freudig blüstern. Deine Hufe so fein und klein. Mama hat mir das Schreiben beigebracht. Sie liest gern von mir in der Zeitung. Ach, Herr Jackie, ziehen Sie doch nicht zu einem Gesicht. Ich würde Sie bevorzugen. Ich finde, Sie sind der Schönste im ganzen Land. Ich denke jeden Tag an Sie, das wollte ich noch sagen. Ach, wie nett. Sogar im Bett denke ich an Sie. Blasso Marie. Los, bring den Karton mit den Stiefelchen zu Frau Brüno. Alte Zieger. Zwölf Bügel. Lasst uns allein. Das ist hier deine Cousine. Psst. Da, schau an. Langes Zerr. Erst verschwindest du, dann kommst du wieder, hm? Ich könnte dich hinrichten lassen. Du verdammter Schlamper. Mistkerl. Sie sind reif. Sieben Kilo habe ich davon. Ich verkaufe sie die für hunderttausend. Sofort. Und wenn ich dich hinrichten lasse? Bekomme ich sie umsonst? Bald steht eine neue Ernte an. Das wäre schade. Du liebst mich nicht. Doch, sehr sogar. Ach, wirklich? Das weißt du doch. Du liebst mich. Ja? Dann zeig es mir. Zeig mir, dass du mich liebst. Hä? Also. Das hübsche Ding, da kann auch mitmachen, wenn es will. Was soll das eigentlich sein? Ein Mädchen, ein Junge? Äh, Jackie, warte draußen auf mich. Na los. Mach mir das Pony. Okay. Ich will ein Kind von dir. Deswegen stehe ich jetzt hier. Das ist nicht der passende Moment, du Hufpelz. Meine Schwestern, die ausländischen Mächte planen eine Verschwörung. Sie sagen, in der demokratischen Volksrepublik von Vyvyn hat das Mannsvolk keine Rechte. Ja, das stimmt. Und ich heirate ihn irgendwann. Nein, er gehört mir. Oh, heiliges Pferdchen spricht zu mir. Pferdchen so schön, Pferdchen so fein. Das Schicksal, mein, soll in deinen Hufen sein. Korin! Er hat sich im Laden rumgetrieben. Sie haben gedödelt. Oh, du? Äh, Korin, hast du einen Stift und Papier? Ich erlerne die Kunst des Schreibens. Das ist selten für einen Jungen. Ah, also schreibst du diese Flugblätter. Bist du der ausländische Agent? Männer, erhebt euch. Wer war das? Das ist Blasphemerin? Unsere geheime politische Bewegung kämpft für die Rechte der Männer, die Manilisten. Ich bin das, der große Döde des Volkes. Herzlich willkommen in einem wundervollen Land. Er hat ein Pimmelchen, er ist keine Frau. Ein Land, in dem Männer und Frauen endlich in perfekter Harmonie leben. Ich bin keine Frau wie die anderen. Ja, so langsam verstehe ich es. Jackie im Königreich der Frauen. Hör auf zu lachen. Lass das. Äh, äh, äh. In Kino In Kino In Kino Ich bin Shakespeare in frILY a couple an.